Ja, hallo Leute und ein Willkommen zum dritten Versuch Dragon Slayer mit eurem ach so tollen Ryukahn. Und ey, ihr glaubt mir nicht was passiert ist. Ich habe offscreen, habe ich tatsächlich den Bossgegner geschafft. Diese haufenweise Schlangen, die da kommen, ich habe den geschafft, aber offscreen leider. Und ich hoffe, ich stelle mich jetzt mal nicht allzu blöd an und schaffe den auch hier. So, den Anfang kenne ich ja jetzt eigentlich schon auswendig. Und ich sage euch, sobald ich diesen Bossgegner besiegt habe, scheiß drauf, ich mache ein Safe State. Auch wenn es dann wahrscheinlich noch nicht das Ende des Videos sein wird. Aber ich mache Safe State. Einfach aus dem Grund, weil es gottverdammt schwer ist, da überhaupt erstmal hinzukommen. Und das könnt ihr mir glauben. Es ist wirklich eine gottverdammte Plackerei, zu diesem Bossgegner zugelangen. Wenn man ihn überhaupt Bossgegner schimpfen darf. Es sind immerhin nur haufenweise Schlangen, die kommen. Die man dann kalt machen muss. So. Schlange. Ach nein, geht weg, geht weg. Ah, ich habe den Geist gesiegt. Okay. Cool. Das ist mir noch nicht passiert, dass ich diesen Geist gekillt habe. Ähm, was genauso wenig ist, dass er hier einfach mal nicht kommt. Danke. So, Schlange. Keine. Ach, weg, 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 weg. Er hat doch gegart. Hätte böse händen können. Und wir haben den ersten Save-Point, ähm, überschritten und sind jetzt unterwegs. Also bis jetzt stelle ich mich nicht blöd an. Au. Ähm, also bis jetzt sieht es gut aus. Einmal kurz das Headset wieder einrichten. Da ich hier ja lustigerweise wieder mit No 23 aufnehme. Zack. Zack. Ah, ah. Weg, 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 weg. Kommt mir nicht zu nah, Leute. Nein, nein, weg. Scheiß drauf, ich renne in dich rein. Damit kann ich jetzt leben. Hauptsache, wir kommen jetzt zu diesem gottverdammten Bossgegner, der jetzt gleich hier kommt. So, weiter, weiter, weiter. Nicht stehen bleiben. Stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Stehen bleiben. So. Komm, komm. Au, weg, weg, weg. Nein. Scheiße. Ich hätte ihn. Nein. Ich hab ihn doch gerade geschafft. Das Leben kann nicht unfair zu einem sein. Beziehungsweise, in dem Fall ist es dieses Spiel. Oh. Ah. Okay, genial. Dieser Stein hat uns nicht getroffen. Also, das ist perfekt. Weg. Jetzt kommst du. Nicht aufhören. Und du. Und das war der Bossgegner, Leute. Ja. Das war der erste Bossgegner. Hoffenweise schlank. Und da ich gesagt habe, ich mach nach diesem Bossgegner ein Safe State. Mach ich das auch. Was ihr wahrscheinlich nicht sehen werdet jetzt gerade. Quicksafe. So. Safe State gemacht. Rechner halbwegs abgerissen dabei. Nein. Er steht noch. Ähm. Ja. Den ignorieren wir. Das habe ich aus einem Video gesehen. Da sollten wir nicht hin. Da kommen wir am Anfang des Levels wieder raus. Lässt du mich? Nein. Ich hätte dahin gemusst. Da scheiß drauf, ey. Äh. Na. 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 Nein. Dich ignoriere ich. Ja. Okay. Spiel. Ähm. So. Zack. Hier rüber. Also bis jetzt. Was zur Hölle? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Wo kommst du denn? Hilfe. Hilfe. Ah. Hau ab. Bleib weg von mir. Nein. Verzieh dich, du König komischer. Wieso kriegen wir dich nicht kalt? Na. Nein. 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 Weg. 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 Nein. Geh. Geh. Gehst du wohl weg? Du kommst mir nicht in die Quere. Geh weg. Ah, das war ein Schuss in den Ofen. Ich will dieses Geh haben jetzt. Jetzt bin ich aber hier voll motiviert. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Ich frage mich gerade, wie kann man dich töten? Kann man dich überhaupt töten? Geh weg 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 weg. Nein. Nein. Und das Telefon klingelt. Ah, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Okay. Okay. Okay.